Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Herzliche Grüße nach derer, lieber Herr Schorke. Ja, vielen Dank, Herr Hossel. Die deutsch-amerikanische Spionageaffäre köchelt im Hintergrund. Nach der Ausweisung des obersten Repräsentanten der US-Geheimdienste in Deutschland geht Berlin nun einen Schritt weiter. Es hat alle Nachrichtendienste angewiesen, ihre Zusammenarbeit mit ihren Kollegen in den USA auf das, wie es heißt, Notwendigste zurückzufahren. Halten Sie, Herr Hossel, die Ausweisung dieses US-Geheimdienstler aus Deutschland für eine angemessene Reaktion der Bundesregierung? Ja, das muss man wohl so sehen. Wir haben ja eine weltweite, ganz normale, diplomatische, außenpolitische, geheimdienstliche Praxis. Wenn einer auffällt durch Spionage, also ein anderes Land, dann schmeißt man die Leute raus. Ja, ganz, ganz einfach. In Deutschland, mit diesem Vorlauf, den das hat, einfach nur mal so zum Hintergrund. Wir hatten letztes Jahr eine Regierungsaffäre, weil der Kanzleramtsminister erklärt hatte, nachdem aufgeflogen war, dass das persönliche Handy von Frau Merkel abgehört worden ist, hat er gesagt, die Affäre ist beendet, wir wissen jetzt alles. Das war Herr Pofalla. Und nun ist er nicht mehr Kanzleramtsminister und die Sache ist vorbei, aber sie hat dann eigentlich mit dieser Äußerung und mit dem Ärger darüber in der Politik es richtig angefangen. Und vorher hatten wir gehört, dass die NSA praktisch jeden Deutschen abhört. Und dann hatten wir gehört, dass sie eigentlich die ganze Welt abhören. Und dass da geradezu Milliarden von Telefonaten anfallen. Dass also die USA praktisch in Daten ersaufen. Und diese ganze Situation führt dann dazu, dass man eben nicht nur einen beteiligten Agentenführer, also einen untergeordneten Spion in einer Botschaft rausschmeißt oder auch zwei oder drei, das ist ein bisschen normal, sondern dass man schließlich sagt, jetzt muss der Chef seinen Hut nehmen in der Botschaft. Und dann geht der sogenannte Chief of Station, so heißt das, also der Stationschef, der Chef der CIA-Station in Deutschland muss dann raus. Und das ist nun passiert völlig angemessen. Also bei einer so gravierenden Geschichte, Merkels Handy abgehört und dann noch nachträglich, nachdem das passiert ist, weitere Agenten gefunden, hätte man auch diplomatische Schritte, also auf Botschafter-Ebene sich vorstellen können. Aber so ist das also sehr akkurat unter Verbündeten und Freunden geregelt worden. Aber so etwas haben Sie auch tatsächlich von der aktuellen Bundesregierung erwartet, dass Frau Merkel so eine harte Reaktion zeigt? Ich sage Ihnen etwas ganz offen, das betrifft mich persönlich, Herr Scharrock, nicht. Ich erwarte von den deutschen Bundesregierungen überhaupt gar nichts, weil wir ja erklärtermaßen ein nicht souveräner Staat sind. Wenn also der amtierende deutsche Finanzminister, der mit jedem einzelnen Minister gesamtverantwortlich ist, rechtlich für die Gesamtpolitik der Bundesregierung, erklärt offen auf einer Bankentagung in Frankfurt, dass Deutschland seit dem 8. Mai 1945, also im Kriegsende, nicht mehr souverän sei, dann kann man da nichts erwarten. Das Problem ist ja auch, ich bin ja ein bisschen, wie soll man sagen, ein ganz kleines bisschen, hatte ich ja auch schon mit dem Bundesnachrichtendienst zu tun. Und was bei mir vielleicht nicht normal war, denn es waren ja nur drei Monate sozusagen als freier Mitarbeiter und das ist 25 Jahre her immerhin, also man darf jetzt auch darüber sprechen, ohne dass man sich da irgendwie eines schweren Geheimnisverrats schuldig macht, ja, hatte ich dann eben auch mit einem sehr hervorragenden, guten und auch hochrangigen BND-Mann zu tun und wir waren befreundet und also hat er mir eben auch erklärt, dass der BND alle Daten, alles was er sammelt, bei den Amerikanern abliefern muss. Und er hat mir auch erzählt, dass er hart gekämpft hat in der Behörde BND, damit er bei seinen Spionageaktionen nicht auch noch amerikanische Agenten in seine Arbeitsgruppe hineinnehmen muss für einen bestimmten Auftrag, weil er sich beschwert hat, jedenfalls mir gegenüber, dass die Amis, um das mal salopp zu formulieren, so viel Mist machen. Deswegen hat er gesagt, ich arbeite nicht mit denen. Wenn ich was mache, will ich das unter Deutschen, unter meinen Leuten machen, die mir untergeben sind, da trage ich die Verantwortung. Aber die Amis rühren so viel Mist ein, das will ich nicht. Herr Horselt, wie beurteilen Sie überhaupt das Verhalten der Amerikaner gegenüber Deutschland? Wissen Sie, das muss ich gar nicht mehr beurteilen, das machen die Amerikaner selbst. Das ist ja nun auch kein dummes Volk oder sind keine schlechten Leute. Und der ehemalige CIA-Chef Hayden hat sich geäußert, das passiert auch relativ selten in so einer Sache. Und er hat gesagt, hallo, das Alleroberste bei einem Nachrichtendienst ist, dass er sich nicht erwischen lässt, nicht wahr? Und hier haben wir ja nicht ein Erwischen. Ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, aber wir haben so eine Ausdrucksweise, dass wir sagen, jemand wird mit den Fingern im Honigtopf erwischt. Aber die Amerikaner sind erwischt worden mit allen Fingern, allen Zähnen und der Nase und dem Kopf auch noch. Und wenn man dann gleichzeitig noch mit dem Hinterteil rein kann, haben sie es auch noch reingestreckt. Und das in einer Unverschämtheit, in einer politischen Unverschämtheit, wo die Bundesregierung sich um Aufklärung bemüht. Und wir kriegen ganz offiziell aus Washington zu hören, ja, das tut uns leid, also wir müssen das machen und das ist gut für die Sicherheit der USA. Also so kalschnäuzig geht es dann eben doch nicht. Und jetzt haben wir, um das auch zu erklären, jetzt haben wir eine besondere Situation, zweifach. Erstens, die ganze Gründung des deutschen Nachrichtendienstwesens nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine CIA-Arbeit gewesen mit der Organisation Gehlen. Und da wurden lauter alte Nazis wieder eingesetzt, weil man nämlich gegen die Sowjetunion spionieren wollte. Und der deutsche Offizier Gehlen, ein Nazi-Offizier, hatte da die größte Erfahrung. Und aus dieser Organisation ist der BND überhaupt erst entstanden, 1956. Und die haben 46 oder 47 ihr Büro in Pollach, wo sie dann jahrzehntelang gesessen haben, bis heute, bezogen. Interner Spitzname Camp Nikolaus, weil das an einem ersten, an einem 6. Dezember passiert ist, also am Nikolaustag, wo alle Kinderchen ihre Stiefel vor die Tür stellen und kriegen Süßigkeiten hinein. Und diese Art Hintergründe muss man wissen, wenn man das verstehen will. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine Situation, in der die USA, ja die europäischen Interessen und insbesondere die deutschen Interessen im Verhältnis zu Russland, beim Stichwort Ukraine, so krass überfahren und in so aggressiver Weise gefährden sie gerade unsere Gas- und Ölversorgung, dass wohl irgendwie die Bundesregierung sich gesagt hat, so diese Verhältnisse werden jetzt völlig verrückt. Wir müssen einmal klare Verhältnisse schaffen und sagen, dass dies natürliche Melden von Infos an die Amerikaner so nicht weitergeht. Ich will nur ganz kurz erinnern an die Affäre um den ehemaligen Außenminister Guido Westerwelle, dessen persönlicher Referent erwischt worden ist, wie er intensiv Daten an die amerikanische Botschaft weitergegeben hat. Ganz Deutschland funktioniert ja so. Wer in Deutschland in einer hohen Position nicht an die amerikanischen Freunde berichtet, der wird hier keine Karriere machen. Wir sind tief in einem absolut amerikanisch beherrschten Gesamtsumpf. Und was die Bundesregierung jetzt versucht, spät, so viele Jahre nach Kriegsende, versuchen die jetzt also so ein Minimum von Eigenständigkeit den Amerikanern klarzumachen. Und das ist schwierig, weil so eine schlechte Gewohnheit von 60 Jahren dauert. Das ist schon schwierig. Herr Hoster, die deutsch-amerikanische Freundschaft, müssen wir nicht so ehrlich sein? Und das war eher so eine gewollte Illusion oder tatsächlich Realität? Puh, Sie greifen schwierige Dinge auf. Aber ich will Folgendes sagen. Kulturell und menschlich steht man sich mit den Amerikanern immer nahe. Es ist ein unglaublich nettes, offenes Volk und uns verbindet sehr viel und dies und das. Aber eigentlich und tatsächlich muss uns doch klar sein, dass ja der Zweite Weltkrieg nicht gegen Adolf Hitler geführt wurde, sondern gegen Deutschland. Adolf Hitler hat man seit seinem Bestehen als Reichskanzler so gut wie möglich stabilisiert. Wir stehen kurz vor dem 20. Juli. Es gibt hier ein intensives Gedenken an den Widerstand. Und der Widerstand, gerade der vom 20. Juli, da waren gute Leute drin. Nicht nur Adam von Trotze-Solz, der das im Ausland versucht hat. Die haben versucht, dem Ausland klarzumachen frühzeitig, schon in den 30er Jahren. Achtung, wenn ihr den Adolf-Nazi in dieser Weise, wenn ihr dem Erfolge verschafft, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn der nachher furchtbar mächtig wird und euch überfällt. Und wir wollen das nicht. Bitte helft uns, der Opposition, damit wir diesen furchtbaren Hitler wieder loswerden. Und sie haben das Gegenteil getan. Und dann sind wir in diesen Krieg reingerutscht. Und anschließend wurde auch im Kriege klar, die Westmächte wollen Deutschland kurz und klein schlagen. Denen geht es gar nicht um den Adolf Hitler. Denen geht es darum, dass man Deutschland kaputt schlägt und Europa besetzt. Das war Amerikas Ziel. Und ich glaube, das wird den Leuten langsam, langsam deutlicher. Und so muss man das verstehen. Freundschaft, okay, gibt es ja zwischen Völkern nicht, sagen wesentliche amerikanische und britische Kenner der Szene. Von Churchill bis Brzezinski, sondern es gibt gemeinsame Interessen. Und die Interessen, die hier jetzt heute verfolgt werden, sind nicht mehr gemeinsam, soweit sie zum Beispiel auch gegen ihr Land gehen. Das ist nicht deutsches, auch nicht europäisches Interesse. Das wollen die Amerikaner gerne. Und da kommen jetzt plötzlich Abgrenzungsbewegungen. Und davon sehen wir hier mal etwas. Ein ganz klein wenig. Herr Hossel, um Burgen zu glättern, wollen sich die Außenminister der USA und Deutschlands nun am Rande der Atomverhandlungen in Wien treffen. Was wird Steinmeier diesbezüglich seinem amerikanischen Amtskollegen erzählen? Der Steinmeier ist ein kluger, abgewogen arbeitender Außenminister. Das ist ja keine Frage. Ich bin kein Freund der gesamten Politik der Bundesregierungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber dieses muss man sagen, das ist ja kein Hitzkopf oder so etwas. Er wird sagen, dass selbstverständlich ordentliche, freundschaftliche, gute Beziehungen mit den USA für Deutschland unverzichtbar sind. Dass hier leider Gottes unsere Freunde ein bisschen zu weit gegangen sind. Und dass er hofft, dass sich das wieder einpegelt und es soll keine schlechte Stimmung bleiben. Das wird er da sagen. Aber im Prinzip geht es um wesentlich weiterreichende Dinge. Wir hatten jetzt vor zwei Tagen in der Washington Post einen interessanten Beitrag, wo eben ein Nachkendienste, der nicht genannt wurde, Fragen stellte, ob Deutschland eigentlich gerade in der Iran-Politik, gerade im 5-plus-1-Bereich überhaupt noch auf der Seite der USA stünde. Und das ist natürlich eine Frage, die gestellt werden darf. Aber die kann man ja nicht damit beantworten als Amerikaner, dass man sagt, okay, wir wissen nicht genau, ob wir uns da auf die Deutschen noch verlassen können. Dann werden wir sie mal nach Strich und Faden ausspionieren. Das hat dann eben solche Folgen wie jetzt. Und darüber wird man dann gerade in Wien, deswegen ist das interessant, auch gut, dass Sie das anführen als Beispiel, darüber wird man reden müssen, dass es möglich ist, auch unter Freunden und Verbündeten eine Meinungsverschiedenheit zu haben und die auszutragen, ohne dass die eine Seite die andere sozusagen nachrichtendienstlich nackt auszieht. Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Einschätzung. Besten Dank, Herr Röckny, alles Gute in der Fähre.